Ja. 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 Warum die gar nicht gute Socken in die Blasen haben? Die sind da reingefallen, als ich ging. Der ist so krass. Ich habe doch Angst. Und wenn ich das so mache? Nein, dann kann ich meine Socken wegschmeißen. Können Sie doch waschen? Nein, ich will keine Spinnenbeine da dran. Mach jetzt erstmal den einen, genau. Mach. Willst du da wirklich stehen bleiben? Hallo, willst du nicht runter? Geh doch runter. Geh doch runter, wenn die rennt. Was hast du? Du fällst in die Badewanne rein, wenn die rennt. Doch, ich kenn dich doch. Du hast voll Panik. Die Hände sich doch weg. Krass. Die Kinder schlafen. Jetzt geh von der Badewanne runter. Du fällst da rein. Ich kaufe dir neue Socken. Ich kaufe dir neue Socken. Nein. Ich kaufe dir neue Socken. Okay. Ich kann es nicht. So? Weiß ich nicht. Oh Gott. Scheiße. Oh fuck. Das ist so weisch. Jetzt hat sie geknackt. Geh jetzt runter. Geh jetzt runter. Ich muss nicht mehr hoch machen. Boah, da ist noch eine. Geh jetzt runter. Nein, hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Da ist keiner. Ah man. Ich bin schon wie klein. Hör auf. Ich hab so Angst. Halt du das. Und dann? Mach das. Geh raus. Nein. Oh nein, die hat doch geknackt. Die bewegt sich noch. Scheiße, das Scheißviewee bewegt sich noch. Dann mache ich mich nicht. Ah ja, die stirbt gerade. Aber wenn die jetzt nochmal knackt. Was? Oh, schnell, mach das Wasser an. Oh Gott, du bist so blöd. Hol das raus, das Zeug, und mach das Wasser an jetzt. Hol das jetzt raus und mach das Wasser an. Hol es jetzt raus. Ja, ich sehe es. Hallo, da liegen die Beine in der Badewanne. Nett zu mir. Ja, Alter. Dari ist tot. Ja. Films. Ja, guck, ich bin da tot. Ekelhaftes Vieh. Alter. Ihhh. Können wir einen neuen Besen kaufen? Ich bin immer nur für die Flur.